Perfekt! 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 Ist das kläglich peinlich? 0 zu 0 gegen fucking Osnabrück. Eine Reaktion auf ein Spiel vom VfB. Das kann jetzt nicht wahr sein oder was? 2 Minuten oder was? Ist ja geil, aber mann! Stehe ich hinten und denke mir in der ersten Minute und dann bleibt es passiert. Und ich hocke da hinten jetzt am Backhof und hole mal ein Essen. Und ich zuhör für Maxi, wo Maxi macht. Ja Maxi! Boom, Alter! Jetzt, Alter! Max, Max, Alter! Tja Mann, Dreyer, ey! Spiel vorbei, Freundin!